Lass mich allein. Kann ich dir helfen? Noch einen Schritt näher und ich reiße dich ins Stöcke. Wer bist du? Ich bin der Gmorg. Und du, wer du auch bist, hast die Ehre, mein letztes Opfer zu sein. Mich tötest du nicht so leicht. Ich bin ein Krieger. Tapferer Krieger. Dann kämpf doch gegen das Nichts. Ich will es ja. Ich kann es aber nur, wenn ich die Grenze von Phantasien finde. Was gibt es da zu lachen? Phantasien hat keine Grenzen. Das ist nicht wahr. Du lügst. Du törchtes Kind. Was weißt du denn über Phantasien? Es ist die Welt der menschlichen Fantasie. Jede Teil, jedes Wesen von Phantasien ist ein Stück der Träume und Hoffnungen der Menschheit. Das ist der Grund, warum Phantasien keine Grenzen hat. Aber warum geht Phantasien dann zugrunde? Weil die Menschen anfangen, ihre Träume zu vergessen und ihre Hoffnungen zu verlieren. So wird das Nichts immer stärker. Was ist denn das Nichts? Es ist die Leere, die zurückbleibt. Eine Art Verzweiflung. Sie zerstört unsere Welt. Und ich habe versucht, dem Nichts zu helfen. Weswegen? Weil man Menschen, die ohne Hoffnung sind, leichter unter Kontrolle halten kann. Und wer die Welt unter Kontrolle hält, der hat die Macht.